Jedenfalls Elena nicht. Wie kann der denn noch leben? Nicht schon wie das liebte... Ooooooh! Ich mag sie nicht. Ganz und gar nicht. Am wenigsten sind wir nur noch nicht eingeschlafen. Ich hoffe, der Tatschnee ist nicht zu groß. Wenigstens kriegt man hier auch wieder ordentlich Sachen. Bäh. Bäh. Oooo, ey. Was ist denn hier? Wie hallo? Es sind draußen Gegner hier. Was seid ihr? Oh, hallo. Ihr seid die... roten Teufel, nehme ich an, ne? Wie... Ja, bevor... 680, okay. Zwillings... Ogre? Zwillings-Teufel? Oder was auch immer. Ich mach euch alle. 680 ist jetzt auch nicht so. Die Welt hat mich auch schon stärker regiert, ne? Okay, Wurf-Kumpel? Das ist nicht so cool. Dann wirft er seinen grünen Glibber da, ne? Das hat er im Grandia 1 auch gemacht. Ja. War genau so. Boah, die sind gar nicht so... Äh, die sind gar nicht so schmach. So. Weg mit euch. Damn. So. Geld. 500. Moment. Das Ding liegt jetzt schon 500. Oh Gott. Dann ist der große Goldkessel wieder auch erhöht, ne? Sehr. Ich wollt mich grad noch heilen. Scheiße. Ding. 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 So. Du wirst als erstes verrätten. Definitiv. Weil du Riyudo angreifen willst. Aber das sollte er jetzt hinkriegen. Dann mach ich die als nächstes Kalb. Nee. Boah, sind die sicher nervig, ey. So, der ist wahrscheinlich auch gleich tot. Und der letzte. Oh geil, Kräuter. Kräuterich. Da muss ich erstmal heilen. Zweimal Heilkräuter. So, was haben wir hier? Regenmantel. Okay. Gucken wir. Hm. Wo ist der Regenmantel? Ist das ein Accessoire? Tatsächlich. Plus 10 Defense. Oh, Schlafresistenz. Das ist nice. Gucken. Kann das Riyudo verwenden? Äh. Hat auch nicht viel mehr. Ja, ist aber auch schon noch ein bisschen besser. Das hat er plus 10 Defense Level 3 Blizzard Resistance. Da können wir ihm jetzt hier Reflection ringen. Plus 10 Defense ist immer gut. Joah. Wasserzauber. Und Riyudo. Oh, wir gehen's langsam. Auch schon. Also Rown hat auch bald über 1000 HP. Guck an, guck an. Aber er hat auch das Plus HP, glaube ich, ne, ausgerissen von dem Skillbuch. Vor allem ein Abenteuerbuch. Naja. Ist das nicht so nicht verwunderlich. Ich könnte Riyudo über 1000 HP bringen, wenn ich das tauschen wollte. Das ist interessant. So. Wo geht's hier weiter? Überall Gegners, 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 Gegners. Gegners und... Was ist das denn für ein Riesenommel? Ein Riesenhähnchen. Ach du Kacke. Hammerkopf. Das ist nicht irgendwie ein bisschen geklaut? Naja. Äh. Gut. Trotzdem euch mach ich auch fertig. Äh. Giga-Squad. Bäh. 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 Böse, 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 Böse. Bäh. Die mag ich nicht. Aber jetzt sind nur so viele Gegner... Ãööööööööööööö'... Boah, ne, forefront! Und das war noch von diesem... Sülzenköppen da. Boah, die sind gar nicht so schwach. Oh nein. Controller? Ach, sehr gut. Machen wir mal in das Impact Bomb. Nice. Mal töten, bitte. Sehr nice. Der andere ist jetzt auch Geschichte. Ja, ja, noch eine Granate. Rote Teufel. So, Kräuter. Ein erlösendes Kraut. Was auch immer. Hallöchen. Tausend befundert. Sehr nice. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Böse. Nicht paralysieren, bitte. Oh, geht doch nicht alle auf World. Es ist immer so. Ich habe doch immer das Pech, ne? So, machen wir erstmal einen, alle. Sehr geil. Hier geht's mein Impact Bomb. Und eine Box. Und eine Box. Ja. 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 Ich habe mich. Dein Problem. Ja. Okay. Ja. Jetzt ist das die Frage. Ja. Und jetzt ist das eine Waffe. Was habe ich da bekommen? Ich sehe es nicht. Es muss ein Trank sein. Was ist das? Ich sehe es nicht. Bonehub. Ich kann noch weiter nach unten. Minus my Defense Level. My Boik. Ach, das ist hier. Die Fans los. Als Gegenstand. Hier sind so viele Kack-Gegner. Ich habe eigentlich gar keine große Lust mehr. Ich möchte eigentlich die Aufnahme erstmal beenden. Aber machen wir noch bis zum nächsten Speicherpunkt. So, Truhe. Wing Boots. Flügelstiefel. Die bringen, glaube ich, ultra viel Move. Das ist sehr nice. Nein. Nein. Equip. Oh, sehr nice. Was habe ich jetzt dagegen? Die Dash-Schuhe. Dann kriegst du die Dash-Schuhe. Ja, und die anderen beiden haben auch die Hunters-Boots. Ja. Aber die könnte ich dir noch geben. Gut. Weil die eine Verteidigung gut, die kann ich auch vernachlässigen. Alles klar. Ja. Ja. Komm her. Du Mist-Sau. Ja. Ja. Wie auch immer. Einfach drauf. Tschüss. Oh, hätte doch ein Kombi gereicht, oder? Ja. So geht's auch. Oh. Was hat er denn da gedroppt? Ein Helm? Oh, geil. Sehr nice. Gleich anlegen. Was bringt denn das? Ja. Geht aber in der Bewegung bei ihm runter. Das finde ich scheiße. Kann sie nicht benutzen. Kann sie nicht. Kann er nicht benutzen. Kann er benutzen. Geht aber auch in der Bewegung runter. Finde ich nicht so gut. Wo geht es weiter? Und wo kam ich eigentlich her? Back. Von da kam ich also. Was sag ich mit euch? Ah, hallo. Ich lasse hier keinen Gegner aus. Jeder Gegner wird hier besiegt. Weil ich möchte mir das Spiel nicht unnötig schwerer machen. Ich weiß, was an mich auf die Zukunft kommt. Was ist das? Ach, ja. Noch ein Quakesstone. Wie ich die gebrauchen kann. Wacht, da haben wir hier. Irgend so ein Felsen. Back. Forward. Okay. Aber hier waren noch irgendwo Gegner. Also ich kam von dort Bin hier links Hier ist nichts in dem Bereich Und hier Geht es weiter, nehme ich an Gehe jetzt mal nochmal zurück Da war doch noch ein Weg Mit Gegnern Hehehe Zwar genau War das nicht hier? Bäh Bin schon wieder verwirrt Nee, 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 wo Wo geht's zurück? Dort geht's Dort geht's zurück, genau War das wirklich schon alle Gegner hier? Oder habe ich... Ich meine, ich hab dann... Wir fahren auch noch irgendwo was, oder? Aber scheinbar hab ich alles abgemorxt hier Jo Gut, dann geht's weiter Dann hab ich nichts gesagt Dini, dini, dini Hallo, du alter Hammerkopf Euch mach ich Plastien Ganz gediegen Mit Kombiangriffen wieder Ja, der hat gesessen Ja Wiedersehen Was? Na, bitte Oh, wir haben schon ganz schön viele Punkte wieder Könnte man mal alle wieder in... Boah, die geben ganz schön viel Meine Güte Könnte man mal alles wieder in... Boah, was ist hier los? Ach, guck an, das ist hier so ne Schnecke, oder wat? Jetzt muss ich hier hochlaufen, und... Bäh Komisch Aber cool gemacht Hier wieder runter Hier ist... Verschüttete Höhle Wer griebt immer diese ganzen Höhlen in diesen Dörfern? Oder... Naja Antikes... Gemäuer hier Was ist hier los? Hier liegt aber nichts Ich heil mich erst mal Äh... Heilen, heilen, heilen Heilen Move Magic Heilen So, und dann können wir hier nochmal ein bisschen Power-Up machen, betreiben Ja, tausend von Spezialpunkten sprechen für sich eigentlich Hehehehe Ja, ich wäre eigentlich erst mal... Nehmen wir erst mal den hier Lions War ist sehr kai Auch sein Gesichtsausflug fähig gut, wenn er ein Upgrade bekommt Und... Ja, das Löwensbrüll Das ist wow für alle Das könnte vielleicht nochmal ganz nützlich sein beim Trainieren oder so Wenn man mal wirklich... Ja, ernsthaft... Drüber nachdenkt Mh... Mh... Kill a blow with all mind and body Mh... Ach, das ist gegen einen Der tötet den ja komplett, ne? Aber 800 ist auch ein bisschen viel Mh... 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 1200... Ne... 46... Entschuldigung... Ich hätte jetzt auch Elena... Ja... Die Taktik beibringen können Das wäre eigentlich... Sinnvoller gewesen... Weitaus sinnvoller Ne... Naja, wir kriegen ja vielleicht nochmal welche Gut... Magiepunkte Da wäre ich erstmal ganz hart für... Hier... Links... Plus Magie... Intelligenz...